Willkommen zum Video von TuningBlog zum Thema 2024 Nissan GT-R T-Spec Takumi Edition. Schön, dass du dabei bist. Wenn dir das Video gefällt, lass doch gerne ein Abo da, um keine News aus der Welt des Tunings zu verpassen. Nissan bringt mit der T-Spec Takumi Edition für 2024 eine besondere Hommage an die Handwerkskunst seiner legendären Takumi Mechaniker auf den amerikanischen Markt. Die limitierte Edition des GT-R kommt mit einem 3,8 Liter V6 Twin Turbo, der beeindruckende 570 PS und massige 1637 Newtonmeter Drehmoment auf die Straße bringt. Die besondere Edition zeichnet sich optisch durch die auffällige Farbkombination Midnight Purple für die Karosserie und Mori Green im Innenraum aus. Ein Highlight der T-Spec Takumi Edition ist die Plakette mit der Unterschrift des Mechanikers, der den Motor des Fahrzeugs zusammengesetzt hat. Goldene Rays 20 Zoll Schmiedefelgen, Nismo Carbon Keramikbremsen und die verbesserte Nismo Fahrdynamik sorgen für ein außergewöhnliches Fahrerlebnis, besonders im sportlichen R-Modus, der die Kraft gezielt auf die richtigen Räder leitet, um die Stabilität zu erhöhen. Auch wenn die genaue Limitierung und die Preise noch nicht offiziell sind, wird die T-Spec Takumi Edition im Sommer 2024 erwartet und dürfte aufgrund ihrer Exklusivität heiß begehrt sein. Falls du das nicht verpassen möchtest, lass doch jetzt schon ein Abo da, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.